Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Heute zocken wir Drums Rock auf der Oculus Quest 2 und das ist ein Schlagzeug-Simulator. Und der ist eigentlich ziemlich cool. Also wir müssen wirklich im gleichen Rhythmus wieder Dämonen auf uns zufliegen, die richtigen Drums schlagen quasi. Danke an meine Sponsoren Virtus VR, Oppermann Events, Virtus Escape, Slim Beats und VR Rock Prescription Lenses. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Oh shit! Ah, okay. Oh shit! Shit! Bam! Bam, 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 bam. point! Ah! yellow and red at the same time oh keep hitting the yellow drum oh shit oh shit perfect it cool story complete wow nice okay oh challenge challenge see all the songs in oh shit play oh shit throwing the drumsticks into the air charges them with electricity okay play oh Das war's. 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 Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh. Das war's. Das war's. Das war's.